was glaubt man sich heute hier und wir sind hier mit einem weiteren part auf jumpforster regio vielen dank für euer feedback erst mal an der stelle ist auf jeden fall immer erwünscht aber wundert euch nicht wenn euer feedback quasi erst in den parts in weiteren parts darauf folgt weil die parts in denen ihr das ganze schreibt sind ja zuvor aufgenommen ich sag mal in einem durchlauf so vorproduziert was will ich damit sagen heißt zum einen vielen lieben dank wegen der karte dreieck gedrückt halten vergrößert die karte endlich das haben wirklich sehr viele geschrieben fiel ihm lang dafür aber damit meine ich eben also nicht dass ihr denkt ich schreibe doch die ganze zeit die karte hat drei geduld weil das kommt dann eben ein paar parts später die ganze partie hervor produziert aber das ist wirklich sehr sehr schöner tipp das macht um einiges einfacher ist so viel geiler einfach oh mein gott ist einfach der dreams sage ich euch nur die sache ist sie kann ich da direkt hin teleporten oder so wahrscheinlich in die nähe davon oder probierst du einfach mal auskommen gehen wir mal hier ein oh mein gott viel lieben dank für das erstmal dafür richtig geil und das zweite ist jumpfoss wird ein update bekommen da kam die offizielle meldung raus sie werden die ladezeiten verbessern da habe ich mal wirklich drauf gespannt was da abgehen wird freunde aber endlich das ist richtig geil mit der karte viel lieben dank dafür sonst hätten wir es auch übertrieben lang verirrt aber jetzt machen wir einfach mal weiter im kontext okay der pegasus ritter okay das sollten die von ding sein ja die zwei pegasus kämpfer da ich kann den annehmen ich habe da noch nicht geschaut aber ja also das war zum einiges einfach für mich vielen dank dafür vor allem und habe mich auf die fahrt aufgeschoben wegen der ladezeiten ich habe euch zusammen gerufen damit ihr das neue mitglied der jumpfoss begrüßt tut mir leid kein interesse dann zieh doch leine mann 24 7 emotional drauf hatte was soll das ich will kraft ich verlass kono an ich höre mich doch erstmal ein als seine heimatteil von den wenn uns angriffen wurde war er einer derjenigen die sich erhoben und gekämpft haben aber nun steht er unter kontrolle eines schwarzen kubus wusste jetzt hätte es auf einem interesse doch schon wieder da stehen ja wo ich jetzt sag schon joc das wird ein gefährchen müssen aber ich weiß du kannst es schaffen direkt doch ganz ehrlich ich schiebe sasuke zur seite das ist immer zu sein als verrack ist das der kann sich auch nicht entscheiden was zu machen sollen natürlich ja ich schließe nicht gegen naruto franchise oder sasuke sasuke an sich ich mache einfach nur witze naruto auf jeden fall sehr cool sasuke fand ich auch cool so ist nicht aber ein bisschen spaß muss sein auf jeden fall an der stelle genau so weit so gut mit den ganzen jumpfoss parts ich hoffe ihr habt spaß bei der ganze sache es war auf jeden fall spaß das game so ist nicht spaßdruck das auf jeden fall vertreten na gut ich mache es ja genau die meinte ich naja sasuke na gut ich mache es blablabla und das andere war ich sollte mehr meine meine helfer nutzen darauf werde ich auch drauf achten wirklich vielen dank für euer ganz feedback und ja da bin ich doch gespannt wie das in den nächsten parts mit der leider zeit sein wird jetzt wurde es noch nicht gepatcht aber ein patch wird folgen ich weiß noch nicht ganz genau ich habe nur die ofc news bekommen die letzten tage also nicht nur ich sondern an sich haben die news raus können natürlich und da bin ich echt auch schon wie das auch was für eine auswirkung das haben wir mit den ladezeiten aber dann ja wer es mit den pausen shows aber die pausen shows werden sich über paar parts hinziehen deswegen alles klar pausenschauen 99 prozent genau wie es jetzt jetzt und ich habe jumpfoss verlernt ich habe paar tage nicht mehr gespielt und fähigkeiten sollte ich mir noch kaufen die kann ich auch machen ja mag ich noch aber ich werde das wahrscheinlich ich werde wahrscheinlich ausspielen mir das genauer ansehen nicht dass wir da zu viel zeit verlieren und dann kauft die quasi in einem part ein ich bereits jetzt so zack schon mal vor oh wie viel schaden ja 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 ich habe mich geschützt Boah, ich bin jetzt auch so gewünscht und atmet, ich mach das doch, Mann. Ey, 2, ich hab die ganze Zeit 1-2-2-2 gehalten, da ist nichts passiert, um ehrlich zu sein. Hohohoho, Amaterasu! Ich hab die ganze Zeit, ich wollte wirklich als Helfer holen, so wie ich es mir gesagt hab, aber... Keine Ahnung. Dann mach ich was falsch oder... Als er einmal drückt und wechselt, ist hier der Charakter der Helfer und lang gedrückt halten, dann macht er und hilft mir, aber irgendwie hat es nicht funktioniert, keine Ahnung warum. Egal sei es, komm, da werden wir auch noch schlauer, auf jeden Fall die Tage oder... Ja, whatever. Aber, jetzt haben wir unseren Ball freigeschalten, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal wieder weitere Charaktere freischalten, ist nicht schlimm, weil wir können jetzt direkt von A nach B, Gott sei Dank, mit der Karte... Ihr wisst gar nicht, wie mir das erleichtert, mal so spielen, wenn ich die Karte vor Augen habe. Ohne Spaß, da kann ich mich gut orientierend dran. Ansonsten lauf ich links und rechts vorbei. Beim meisten Spiel finde ich es gar nicht mal so schlimm, zum Beispiel bei Breath of the Wild, da mach ich halt irgendwas legit, aber ja... Er weiß gleich nicht mehr, wer ist wohl, aber wie man kämpft. Und du bist Nemo, also du bist dran. Am Rest, como ouds geborgen. Kämpfen Cutscene. Kämpfen Ladebildschirm, Cutscene, Laden, Laden, Laden. Laden, Laden, Cutscene, Kämpfen, Kämpfen, Laden, Laden, Laden. Lernen Alles Lernen Wird Gelernen Steht hinter mir dran Anyway Freunde Jetzt Da Jump Force Released Wurde Schon Ein Paar Tage Nachdem das Anseht Habt Ihr Es Geholt Wenn Ja Gefällt es Euch Gut Aber Es Das Größte Und Dankeschön Du Musst Seher Sein Willkommende Umbria Borsi Sorino Wenn Ich euch Problembereiten habe Entschuldige Ich Mich, Oh Wie nett das, Ach Was Schon Vergesst, Auf Einmal So Nett, Erstens Kein Interesse Hey Junge Alles was zählt ist die Zukunft Du hast Recht, was ist mit dem? Oh, Ey, Dottne Boyo Tut Mir Hat Es Zu Spät Gommen, Was Ramen Essen, Der Fehlt Uns Gerade Noch Ey, Dekker, wer ist jetzt noch ein Mitglied von Team Gamma-Rein, Jungs Habe Ich Da Lacht? Ich Bin Pegasus Seiya und Einer der Saints von Athena Es Wäre Eine Ehre Euch Kennen zu Lernen Ebenso mit Sieht nach einem Ordentlichen Jungen Burschen aus, Sag Ich Mal Gefällt mir Oh Leute, Fast Control Aus, Angeworben Kein Sinn Und Dirk weiter Madame Nächste Mission Der Drachenritter Ersatz Shinigami Oh, Jetzt bin ich doch gespannt was die abgeht Jene ohne Magie Ist das die Ich würd gerne so schnell es geht ja mich freischalten Und mit denen einfach mal questen gehen zu können Mit meinem Boy Ich find den übel geil Habt ihr auch schon so einen Lieblingscharakter? Ja, nein Lass mich auf jeden Fall wissen Ah, jetzt kommt der andere Sieh das hier mal an Ah, jetzt kommt der andere Ich weiß mal wirklich ob sein Gegner ist oder nicht Shiryu, was macht er hier? Also ist es wahr Ja, dieser Mann ist ein Saint Genor wieder Und ich weiß es steht auch unter Kontrolle eines Kumbus Bitte entsenden sie mich Direktor, ich muss ihn retten Ich glaube an dich, aber ich kann dich nicht alleine gehen lassen Was? Shiryu ist ein Freund und ein Saint Der dir ebenbürtig ist Wenn zwei derart mächtige Saints aufeinander fragen und ihre Fähigkeiten gegeneinander errichten würden By the way, keine Ahnung ob die Saints richtig aussprechen oder nicht Verzeiht mir Denkst du nicht, dass das allein bereits gefährlich wäre? Nieso der Direktor Woher wissen sie das Direktor? Nein Das erzähl ich dir später Otsaku, du wirst ihn mir leiten Ja, wer sonst? Ich bin ja kein Main-Kracke Ja Wenn ich mal ein bisschen mehr involvieren würde, dann wäre es nett Otsaku macht das, Otsaku macht die jenes Keiner fragt wie es mir geht So Neue Mission, alles klar Du kannst dich alleine gehen Nimm Ose du mit Genau so läuft das heutzutage Naja Di 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 Willkommen zu der Pausenschau Di 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 Oh Shiryu Das ist die Zuflug Ich werde niemanden erlassen Shiryu, erkennst du mich denn nicht? Ich bin es Hast du dein Eid als Saint vergessen? Shiryu Komm wieder zu dir Das ist doch nicht du Das bist doch nicht du Was haben sie dir getan? Ein Eindebildschirm Was haben sie mir getan? Kann es kaum erwarten wenn das gepatriert Und ich frag mich halt Wie gut das dann gemacht wird Also Fissen hat die Dreams die man dann hat Aber ich frag mich halt Guck mal Wird das nicht getestet vorab? Hat da niemand gesagt Ey die Lade Das dauert zu lang zum Laden So Hat niemand das Spiel getestet? So frag ich mich Das ist doch Eines der größten Sachen Die einem sofort aufhören Oder die Hauptsache Es legt zu lang Aber ich find's gut Dass ich der einzige war Dass er das gesagt hat Deswegen wird's ja gepatcht Was wird hier jetzt? Komm her Oh was? Ey ich hab den gepackt Ihr habt's auch gesehen ja? Achso Ok Ok Ohhhh Guck mal Ich versuch den ganzen Einen zu wechseln Wechsel doch einen Mann Ja jetzt gibt's wahrscheinlich nicht Aber Das ist doch forscher Versuch der Kambo Ich verliere den Kambo einfach Ich verliere den Kambo einfach Goldner Pfeil Ich gern Kann das jemand vielleicht Schaden machen? Oh Nein Oh Oh Alter Du willst wissen Nein 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 So nicht weil Freund Draußen mit dir So nicht weil Freund Draußen mit dir Hehehe Hehehe Levelaufstieg Nice Ok Jetzt The Legend of Ladebittschirms Da kommt der Katze Und dann kommt wieder der Ladebittschirms So läuft das ab Ich hab Jump for Star ausgefunden Wir haben das Spiel durchgespielt Noch nicht Natürlich Noch nicht Aber Knapp war das Knappe Kiste auf jeden Fall Naja ich hab Also Bis jetzt nur die Story gespielt So Online Kämpfe hab ich gar nicht gemacht Aber wie gesagt Das werden wir auf jeden Fall machen In den Streams vor allem Weil das ist ja unabhängig von der Story Deswegen geht das total klar Und bei so Spielen wo man Wo es Multiplay hat Spiele ich gerne mit euch zuschauen Also wenn ihr so ein Zeitabgeordnete Checkt das Streamplan aus Und dann Genau Wenn ihr da einschalten könnt Schaut auf jeden Fall ein Dann machen wir ein paar Kämpfe Guck mal wie das ganze läuft Aber jetzt so sorry Ja 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 Danke schön Ja 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 Oh Oh Was haben die gemacht mit dem Ah Ombres Kübis wird geborgen Ja Man kennt's Ich bin jetzt gespannt wie viele Charaktere wir noch freischalten müssen Ich glaube schon ein paar Ich meine 40 Charaktere ist Ein paar waren schon von Anfang an da In den gewissen Teams Zählt mal so eine Handvoll 5 oder 6 3 Teams 15 Und wenn man auf 20 Ich glaube ein bisschen mehr als die Hälfte müssen wir noch Oder die Hälfte müssen wir noch vielleicht freischalten Das habt ihr alle sehr gut gemacht Dankeschön Ich muss die nacken und so Kein Ding Wäre es nur Seah und ich gewesen wären wir wirklich den Venoms zum Opfer gefangen Würden sie mir nun bitte sagen direkt woher sie wussten was passieren würde Haha Ich bin ein Typ Ah ich habe einen Tipp bekommen von jemanden der euch beide kennt Was wäre so das sein Legit wäre es das Es tut mir leid auch wenn die gleiche Person bat mich um mein Schweigen So ist der Prophet Aber du könntest dich den Winsch Athenisch nennen Sie machen doch Witze oder Nun ja es könnten tatsächlich ihre Willen Weißt du ihr Wille sein Ciao Shiryu Willst du denn gar nicht die Wahrheit erfahren Ich weiß nur dass wir beide zusammengeführt wurden Inmitten dieses Wahnsinns Da für mich Athena zu Dank verpflichtet Ja komm Griechenland Ja du hast recht Ciao Ich krache Shiryu's Song gelobe feierlich Dass ich von nun an die J-Force unterstützen werde Wir freuen uns dich am Boot zu haben Na Dankeschön Let's go Jetzt haben wir den Boy auch mit am Start geholt Oder in die J-Force J-Force Was ein brutaler Name J-Force Power Ranger go J-Force Ciao Okay jetzt bin ich dran weil er hat's nix Dann ist Lady Können sie mir eine Mission geben She's saying that Weitergabe der eigenen Künste Biddy Jetzt bin ich auch gespannt Was es damit auf sich hat Trunks Trunks Osaru Trunks in New York wurden während gesichtet Außerdem deut einiges darauf hin Dass es dort auch einen neuen Krieger der Jump Welten gibt Komm schon Osaru Das ist der Jungle Osaru komm schon Wollen wir mal hingehen? Ja hast du Lust? So ist Trunks unterwegs Haha Wieso haben die den so gemacht? Nur wegen der Jeansjacke Hätten doch besser machen können Ja ist das legit so? Ja okay Dann gehen wir hin Ja dann gehen wir hin Hehehe Kein Sinn der Boy Naja Welcome to the Lade Oh Oh man ich hab jetzt komplett verwüstet Das ist egal der Venice Kampf von irgendwo hier Ich suche hier und übernüge die Richtung dort Otero Ich glaube das wird nicht nötig sein Kenshiro OOOOOO Wer bist du? Mein Name ist Kenshiro Und heute werdet ihr sterben Wird ihr von deinem Kubus kontrolliert? Dank euch ist mein Welte Flamm zum Opfer gefahren All diese unschuldigen Leben Einfach ausgelöscht Und jetzt sollt ihr dafür mit eurem Leben bezahlen ELEMAU Halt wir haben nichts getan Du bist nicht du selbst Du irrst dich Diese Schwarze Auber ist Nichts als Trauer Jeder wird zu Sasuke Oh je Oh je Jeder wird zu Sasuke Keiner weiß Alle werden EMOS Selbst die Ladezeiten werden zu EMOS Ich werde zu EMOS Du wirst zu EMOS RCS wird zu EMOS Wir alle werden zu EMOS Ja Leute von der Idee Den Boy kann ich aber auch nicht um ehrlich zu sein Weiß ich aus welchem Anime der ist Oder keine Ahnung Kenn ich nicht Bin ich gegoogelt oder so Ähm Es gibt schon ein paar die ich nicht kenne Es gibt auch ein paar die ich mir gewünscht hätte Auf jeden Fall Aber die sind leider nicht am Start Naja Vielleicht kommt der noch Wir wissen ja es gibt 9 die jetzt die kraftieren Aber Was 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 Hat ein Schildbreaker drauf oder was Oh Na Oh Oh Die attacke ist so geil Oh lol vertroffen Oh I 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